Es ist ein sehr umfassendes Konzept, was vier Bausteine hat, nämlich zum einen eine bessere Hilfe für die Betroffenen und uns ist auch wichtig, dass das auch der erste Punkt ist, dass wir nämlich die Opfer in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir wollen eine bessere Prävention. Es sind erschreckende Zahlen, wenn man sich vor Augen führt, dass pro Schulklasse oder pro Kindergartengruppe zwei bis drei betroffene Kinder da sind, dass zwei bis drei Kinder pro Schulklasse von sexuellem Missbrauch betroffen sind, der für das einzelne Kind ganz schlimme Folgen hat, psychische Folgen, die weit bis ins Erwachsenenalter hineinragen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jeden Fall vermeiden, den wir vermeiden können. Das Konzept ist sehr umfassend und es unterscheidet sich ganz klar von dem, was die Familienministerin vor wenigen Wochen als Konzept vorgelegt hat. Aber ein wirkliches Konzept muss weit darüber hinausgehen. Und wir erwarten, dass die vielen Vorschläge, die wir gemacht haben, mehr als 23 an der Zahl von den betreffenden Ministerien dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden.